Von Deutschland in die Türkei. Dort demonstrieren zahlreiche Menschen gegen die Herrschaft Erdogans. Wird das zu Veränderungen kommen? Wird sich wirklich dauerhaft etwas ändern mit den aktuellen Demos? Ich befürchte nein. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil in der Türkei die gesamte Geschichte eine unglaublich gewalttätige, blutdurchdrängte Geschichte ist. Man hat also hier immer noch jeden Prozess der Demokratisierung im Grunde niedergeknüppelt. Und Europa hat immer zugeschaut. Man hat den Türken einfach alles durchgehen lassen, auch im 20. Jahrhundert schon. Man hat ihnen den Genozid an den Armeniern durchgehen lassen. Man lässt es ihnen bis heute durchgehen, dass sie diesen Genozid leugnen dürfen. Türkei ist der einzige Staat im europäischen Umfeld, der einen Völkermord vor aller Welt begangen hat und den bis heute leugnet. Man hat es ihnen durchgehen lassen, dass sie Nordzypern besetzt haben. Man hat damit akzeptiert, dass ein EU-Mitglied und NATO-Mitglied, dass das von einem anderen NATO-Staat teilweise besetzt wird. Man hat ihnen die Gräueltaten dort durchgehen lassen. Man hat ihnen durchgehen lassen, dass sie bis heute eine Verfassung haben, die es aus der Militärdiktatur herrührt. Man hat ihnen durchgehen lassen, dass sie bis heute die Verbrechen der Militärdiktatur nicht aufgearbeitet haben und auch nicht aufgeklärt haben. Man hat ihnen durchgehen lassen, dass sie einen Bürgerkrieg gegen die Kurden geführt haben, dass sie ganze Dörfer bombardiert haben, ganze Landstriche entvölkert haben. Das hat alles vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden. Man hat ihnen das alles durchgehen lassen. Warum? Weil man immer vom türkischen Markt geträumt hat und sozusagen von den Exportchancen dort geträumt hat. Und weil man natürlich die Türkei als strategischen NATO-Partner beurteilt hat. Nur das zeigt die Doppelmoral. Und diese Doppelmoral, die gilt es jetzt aufzuzeigen. Ich bin der Überzeugung, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo man der Türkei nichts mehr durchgehen lassen darf, sondern wo man die Türkei so behandeln muss wie jeden anderen Polizeistaat. Und nichts anderes ist es nämlich. Der Erdogan hat in der Türkei einen islamistischen Polizeistaat errichtet. Und all jene Nackerbarzeln, die geglaubt haben, das sei sozusagen das Musterbeispiel einer islamischen Demokratie, kommen jetzt spätestens auf den Taksimplatz drauf, dass es eben alles nicht wahr ist. Und wer das sehen wollte, hat auch in der Vergangenheit schon gesehen, welche Brutalität dieses Regime hat. Sie unterscheidet sich im Grunde nicht von der Militärdiktatur, die vorher geherrscht hat. Die Brutalität ist im Grunde die gleiche geblieben. Sie sagen, man hat der Türkei so viel durchgehen lassen. Vielleicht zeigt das auch einfach ein bisschen, so stark ist Europa vielleicht gar nicht, wenn man der Türkei so viel durchgehen lassen kann überhaupt. Ich glaube, dass eher der Druck der Amerikaner vorhanden ist, denen die Demokratisierung in der Türkei schlicht und einfach wurscht ist. Die Amerikaner haben die Türken im Rast, ein tragisches Tauschobjekt, benutzt. Ich erinnere an die Kuba-Krise, als die Russen ihre Raketen aus Kuba abgezogen haben, haben die Amerikaner gesagt, dafür stationieren wir keine in der Türkei. Das heißt also, den Amerikanern ist die türkische Bevölkerung relativ egal, den Amerikanern ist Demokratie und Meinungsfreiheit und Menschenrechte in der Türkei relativ egal, die sehen in der Türkei nur ihren strategischen Partner gegen die Russen und da spannen sie Europa vor ihren Karren. Die Frage wird einfach sein, ob sich das Europa weiterhin gefallen lässt. Und ich bin einfach der Meinung, wenn diese EU jetzt zeigen möchte, dass sie doch einen anderen moralischen Grund hat zu existieren und dass sie doch eine eigenständige, an europäischen Interessen orientierte Politik betreibt, dann müsste sie jetzt handeln. Und zwar die Verhandlungen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort abbrechen. Eigentlich ja auch ein Zeichen, dass man jetzt hinter dem Papst stehen sollte, dem Neuen, der ja gesagt hat, der Völkermord an Armeniern sei der erste Genosie des 20. Jahrhunderts gewesen. Ich bin froh, dass der Heilige Vater diese klaren Worte gefunden hat. Ich bin deswegen besonders froh darüber, weil man darüber eine Debatte führen sollte, ob nicht manches im 20. Jahrhundert anders gelaufen wäre, wenn man den Staat, der als erster einen derart grauenhaften Völkermord zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Jahre 1915, aber auch schon mit entsprechenden Vorläuferdaten begangen hat, wenn man diesen Staat exemplarisch für seine Untaten verantwortlich gemacht hätte. Ich bin überzeugt, dass manch anderes Volk in Europa dann anders reagiert hätte, wenn man das von Seiten des Völkerbundes und von der Völkergemeinschaft exemplarisch anders geahndet hätte. Und weil man es nicht getan hat, hat man den Sündenfall zugelassen. Und da darf man sich dann nicht wundern, wenn dann andere natürlich geglaubt haben, sie können auch billig davon kommen. Das gilt nicht nur für die Deutschen, das gilt auch für die Tschechen, das gilt auch für jene, die die Benesteckräte zu verantworten haben, die die Vertreibungen aus dem Osten zu verantworten haben und die andernorts auf diesem Erdball Völkermord begangen haben. Und daher wäre es vernünftig gewesen, und es wäre auch moralisch richtig gewesen, gleich beim ersten großen Genozid des 20. Jahrhunderts exemplarisch klarzumachen, dass die Völkergemeinschaft so etwas nicht akzeptiert. Die Türkei kritisiert den Papst heftig für seine Äußerungen. Jetzt ist es so, dass die diplomatischen Beziehungen sehr darunter leiden. Macht es überhaupt Sinn, an diplomatischen Beziehungen zwischen Heiligem Stuhl und der Türkei festzuhalten? Gefährdet der Papst nicht eventuell das Schicksal der Christen in der Türkei? Was kann man dort noch gefährden? Die Christen haben dort kein Leben mehr. Das ist also auch so eines dieser wirklich dümmlichen Märchen, dass man glaubt, die Christen würden in der Türkei nicht verfolgt werden. Es ist genau umgekehrt. Die hatte sich noch 0,3 Prozent der türkischen Bevölkerung, oder nicht einmal mehr 0,3 Prozent der türkischen Bevölkerung christlich. Das waren sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts über 30 Prozent der Bevölkerung. Daran sieht man schlicht und einfach, was die Türkei wirklich ist. Es ist in Wahrheit ein islamischer, fundamentalistischer Staat. Mittlerweile ein islamischer Polizeistaat unter Erdogan. Und daher muss sich der heilige Stuhl natürlich schon fragen, ob er nicht besser beraten ist, deutliche Worte zu finden. Ich möchte nur daran erinnern, dass man dem Papst Bius zum Zwölften immer vorgeworfen hat, dass er nicht deutlich genug gegen das Deutsche Reich aufgetreten ist, als die den Holocaust an den Juden verübt haben. Dann ist es jetzt aber auch Zeit, gegen alle Völkermörder dieses Erdballs klare Worte zu finden. Und ich bin froh, wenn das die neue Linie des Vatikans ist und des Papstes ist, dann möchte ich das nur unterstützen.